Ich zeige euch heute die Orgel der Weidlinger Pfarrkirche in Kloster Neuburg, wo ich regelmäßig Messen spiele. Das sind die Register. Auf der einen Seite links sind die drei oberen Knöpfe für das Pedal und die anderen, also zweite und dritte Spalte für das Hauptwerk. Wir haben zwei Manuale. Das möchte ich dann nachher spielen. Von Olivier Messiaen. Ein sehr nettes Stück. Und hier sind die Register vom zweiten Manual, vom sogenannten Positiv. Natürlich gibt es, wie bei jeder, oder fast jeder Orgel, auch Tasten für die Füße, genannt Pedal. Und da sind noch drei Koppeln. Koppeln. Und da sind die quadrantare.